Wir sind ein international anerkanntes Krankenhaus für gastrointestinale Krebserkrankungen, die wir interdisziplinär gemeinsam mit unseren Fachkollegen behandeln. Wir sind Lehrkrankenhaus aller österreichischen Universitätskliniken. Wir haben zahlreiche Auszeichnungen bekommen für unsere Arbeit und wir sind zertifiziert von der Deutschen Krebsgesellschaft für Bauchchirurgie und auch Brustkrebschirurgie und Brustkrebsbehandlungen sowie vielen anderen onkologischen Erkrankungen. Wir bemühen uns unsere Patienten abzuholen wo sie sich befinden, ihnen mit hoher medizinischer Qualität und vor allem auch mit der nötigen Empathie unter die Arme zu greifen in den schwierigen Situationen in denen sie sich befinden. Die Philosophie unserer Geburtenstation ist es den Frauen und werdenden Eltern ein individuelles und selbstbestimmtes Geburtserlebnis zu ermöglichen und dies mit großer Empathie und medizinischer Kompetenz zu begleiten. Wir unterstützen sie im natürlichen Geburtsverlauf, gehen auf Wünsche und Vorstellungen ganz individuell ein, soweit es der medizinische Rahmen zulässt. Läuft es einmal nicht nach Plan, steht ihnen unser erfahrenes Team mit einem besten Sicherheitsnetz jederzeit rund um die Uhr zur Seite. Unsere Patientinnen und Patienten profitieren massiv davon, dass wir wissen wo unsere Stärken liegen. Wir stehen für die Grund-, Standard- und Akutversorgung im Bezirk, wir stehen aber auch für die medizinischen Schwerpunkte die unser Haus seit Jahren auszeichnen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Hauses ist unsere Mitarbeiterschaft. Unsere Mitarbeiter die direkt am Patienten tätig sind Wissen um die Ängste und Nöte, die sich aus gewissen Krankheiten ergeben. Unsere Mitarbeiter in der Haustechnik und in der Verwaltung wissen, was notwendig ist, um einen reibungslosen Krankenhausablauf zu gewährleisten. In diesem Sinne sind sie im Ordensauftrag tätig, um ein Haus mit Herz und Kompetenz darzustellen. Qualität und Verantwortung zählen zu unseren Werten. In unserem Krankenhaus leisten wir einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit. Wir sind fest davon überzeugt, dass medizinische Spitzenleistung im Einklang stehen kann mit Effizienz und Umwelt. Nächstenliebe, Gastfreundschaft und christliche Werte sind die Grundlage unseres Tuns. So versuchen wir, das Handeln Jesu Christus an die Menschen, die sich an uns wenden, weiterzugeben. Wesentlich für uns im Selbstverständnis ist es auch, dass wir als öffentliches Krankenhaus für die gesamte Kärntner Bevölkerung unsere Dienste und Leistungen anbieten und somit regional einen großen Teil auch der Gesundheitsversorgung im Bundesland sicherstellen.